Wir erwarten nun das letzte Starterpaar hier im Grand Prix, in der Grand Prix Cure und das ist der 15-jährige Hofratssohn Henni Hennessy und im Sattel sehen wir Anna-Christina Abelen für Deutschland Germany. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war die Vorstellung von Anna-Christina Abelen und ihrem Henni Hennessy. Vielen Dank. Wir haben das Ergebnis von Florin Kienbaum und Dr. Chivago vorliegen. In der A-Note Richter bei E 74,25 Prozent, Richter bei C 72,5 Prozent und Richter bei M 74,25 Prozent. In der B-Note gab es beim Richter bei E 77,6 Prozent, bei C 79 und ebenfalls bei M 79 Prozent. Untertitelung. BR 2018